herzlich willkommen zu einem neuen video liebe motorsportfreunde heute ist ein sehr wichtiger tag und zwar werden wir heute den skyline zu tj imports bringen denn er kriegt einen ölkühler verbaut und kriegt endlich die zulassung nach zwei jahren lange hat es gedauert aber ich habe jetzt erst einmal ziemlich alles gemacht an einem auto und ja ein paar sachen werden wahrscheinlich noch gemacht werden müssen bei tj wird auf jeden fall die nebelschussleuchte verbaut wir müssen einmal nach dem tacho gucken nach den vier leds weil da hatte ich jetzt nicht mehr die zeit zu das noch in den letzten zwei tagen zu erledigen und ja der tobi wird mich gleich einsammeln wir werden den wagen dann zusammen dahin trailern und ich hoffe das wird alles klappen wetter sieht aktuell also semi gut aus ist relativ bewölkt ich hoffe mal es regnet nicht und ja ich habe alle sachen schon im auto und hoffe es geht dann jetzt relativ zügig dass wir da sind und immer gespannt wie das alles so klappen wird und ja auto muss ja natürlich in einem super guten zustand sein ist er ja eigentlich auch alles andere wird halt dann gemacht werden müssen wenn irgendwas noch im argen sein sollte aber ich finde eigentlich gute dinge und warte jetzt bis der tobi hier ist und dann werden wir den scanner zusammen aufladen und uns dann auf den weg machen ja 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 So, ich habe es alleine raus geschafft. Das erste Mal, dass ich mit dem Auto alleine aus dieser engen Tür hier rausfahre, und generell aus der Garage. Aber es hat alles funktioniert, das Auto läuft, ich lasse ihn jetzt ein bisschen warm laufen und eventuell fahre ich hier noch mal ein bisschen auf und ab, weil von der Motorschau sind wir damals im Regen gekommen, und da ist die Bremse, die Bremse ist ein bisschen rostig, das werde ich jetzt ein bisschen frei fahren. Und dann sehen wir gleich, wie wir den Wagen auf den Hänger aufladen. Die Bremse ist ein bisschen frei. So, wir sind angekommen bei TJ Imports, wir werden den Skalern jetzt abladen, sind eigentlich ganz gut durchgekommen, bisschen Stau gehabt, krass wie der Wagen wieder auffällt, viele Daumen gekriegt und ja, werden das Ding jetzt mal abladen. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, weswegen ihr wahrscheinlich auf das Video geklickt habt und zwar, ja, haben wir den Wagen erstmal nach TJ gebracht, das hat auch reibungslos funktioniert Ich habe mich dann kurzerhand noch dazu entschlossen, mir noch ein paar Teile vor Ort zu kaufen das heißt, ich habe mir ein HKS-Bloch-Aufventil gekauft, ein Öl-Catch-Can, ich habe mir einen Ölkühler bestellt, zwecks damit der Wagen später schneller als 180 kmh fahren kann und die Ölversorgung bzw. die Ölkühlung verbessert wird, weil, naja, die Autos sind halt nur für den japanischen Verkehr ausgelegt und nicht für die Schnellfahrerei, ich sag mal, auf deutschen Straßen und da ich auch mit dem Auto gerne Rennstrecke fahren will, war das eigentlich ein Muss. Des Weiteren habe ich mir einen HKS-Luftfilter bestellt, diese klassischen Pilze und ja, dann war das so abgemacht, dass der Wagen für die Zulassung vorbereitet wird und das heißt, die Nebelschussleute muss noch verbaut werden, es mussten halt das Auto generell einmal durchgecheckt werden und bei dem Durchchecken ist halt aufgefallen, dass der Zahnriemen nicht perfekt sitzt, das heißt, der immer nach hinten springt. Es ist dann rausgekommen, dass der Versteller nicht richtig positioniert war oder eingestellt war, was jetzt auch nicht so das Problem ist. Das wurde dann nochmal geändert, weil ich hatte ja vorher einmal den Zahnriemen tauschen lassen mit Wasserpumpe und allem und ja, dabei ist dann aufgefallen, dass als das Teil getauscht wurde, das Problem immer noch bestand und dann hatten wir ein sehr komisches Gefühl. Daraufhin haben wir dann den Motor aufgemacht. Nochmal vielen Dank an den Schrauber, den Chris von TJ. Er hat mich dazu theoretisch, ja nicht bequatscht, aber er hat mir auf jeden Fall gut eingeredet, dass ich den Schritt gehen soll, einmal den Motor zu öffnen und ja, was wir dann gefunden haben, war natürlich nicht schön. Ich blende euch mal die Szene ein. Ja, wie ihr seht, es sind schon Metallspäne und teilweise auch Stückchen im Motorraum und auch an dem Ansaugtrichter. Von dem Öl seht ihr auch schon, ich glaube, Dichtungsreste und Metallsplitter und das ist nie ein gutes Zeichen, gerade im Motor nicht. Ja, dann haben wir natürlich weiter geguckt, woran liegt es und ja, wie ihr jetzt in den nächsten Bildern sehen wird, die Lagerstalle sieht komplett zerstört aus. Leider hat die Welle auch schon Späne gezogen, das seht ihr auch an dem anderen Bild, was ich euch jetzt einblende. Und ja, das war natürlich ein Schockmoment, weil der Motor lief sehr gut, sehr ruhig, er hat keine Mucken gemacht, er schwang auch immer an, er hat keine Geräusche von sich gegeben, er hat nicht gequalmt. Ich bin ja auch mit dem Auto damals zur Motor Show gefahren und dann auch immer kurzzeitig über 180 kmh, hatte ja auch frisches Öl bekommen, alle Filter neu und fuhr sich ohne Probleme. Also ich hatte gedacht, gerade so ein Schadensbild, wie ich da jetzt habe, macht vielleicht irgendwie Geräusche, aber ich habe jetzt auch von mehreren schon gehört, dass die eine ähnliche Schaden hatten bei anderen Autos und dass sich das auch nicht angekündigt hat. Und man kennt es eigentlich auch von den BMW-Modellen, da ist ja auch immer das Problem, die Lagerschale. Ja, was machen wir jetzt schlussendlich? Ich habe mich jetzt dazu entschieden, einmal halt die komplette Zulassung zu machen, die anderen Teile zu kaufen und einmal den kompletten Motor neu zu machen. Ich habe ja eine Liste schon bekommen, was wir machen werden. Ich lege euch das jetzt am besten einmal vor, weil es doch einiges ist. Und zwar werden wir einmal den kompletten Motor reinigen. Wir werden alles vermessen. Wie gesagt, die Kurbelbälle wurde schon vermessen, die ist Schrott. Da wird eine neue kommen. Wir werden den Motor einmal rohen, einmal planen. Wir werden neue Kolbenringe verbauen. Wir werden die Ventilschaftsdichtung erneuern. Wir werden eine Metallkopfdichtung verbauen. Wir werden die Stehbolzen am Zylinderkopf erneuern. Die Haupt- und Pläulagerschalen werden wir erneuern und das Ventilspiel einstellen. Natürlich komplett neues frisches Öl. Das werde ich dann auf jeden Fall erstmal mit dem neu eingebauten, umgebauten Motor, wie man es nimmt, erstmal einfahren und dann nochmal einen Ölwechsel machen. Wie ihr schon hört, das ist nicht sehr, sehr wenig Geld, worüber man spricht und ich muss sie da auch wirklich echt schlucken, bin ich ehrlich zu euch, weil ich jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel Geld auch über die Jahre den Skyline reingesteckt habe. Und ich eigentlich dachte, das Gröbste wäre jetzt mit der Zulassung jetzt zum Schluss. Aber dass so eine Nachricht kommt, das war, muss ich ehrlich zugeben, ein Schlag ins Gesicht. Und ja, das werden wir jetzt aber alles komplett durchziehen. Und dann hoffe ich, dass der Wagen vielleicht dieses Jahr dann noch läuft. Ich kann nicht versprechen, ob wir dieses Jahr mit dem Auto noch auf die Strecke gehen, weil ich möchte den Wagen natürlich erstmal in Ruhe bewegen, gucken, wie sich das Ganze einspielt, wie der Wagen sich verhält, ob vielleicht noch andere Sachen getauscht werden müssen. Ach ja, stimmt, bei der Durchsicht sind noch ein paar Sachen rausgekommen, dass die Koppelstangen zum Beispiel vorne ausgeschlagen sind. Ich werde euch nochmal jetzt nochmal detailliert auflisten, was noch aufgefallen ist. So, ich habe die Liste einmal rausgesucht und zwar der Spurstockkopf vorne links muss getauscht werden. Das Highcast ist auf beiden Seiten ausgeschlagen. Das heißt, ich habe dann noch zusätzlich ein Deleted Kit bestellt. Das heißt, die Hinterachse wird stillgelegt. Also, Hinterachse ist gut. Ich muss es euch wahrscheinlich erklären. Und zwar hat der R34 eine mitlenkende Hinterachse. Das heißt, die Räder lenken, wenn du in die Kurve fährst, noch ein bisschen mit ein. Das wird stillgelegt. Das heißt, die Laufung stinkt normal geradeaus. Das habe ich noch gekauft oder musste ich kaufen. Dann beide oder die Zugstreben musste ich noch erneuern. Dann werden wir uns um die Spurplatten kümmern müssen, denn ich hatte ja das Problem, dass die Reifen ein bisschen rausgeguckt haben. Das heißt, ich werde jetzt noch Sturzkorrekturverstellung kaufen. Dann sind die Bremsleitungen, die Straflexleitungen nicht ganz so gut verlegt worden. Das muss auch nochmal erneuert werden. Dann, wie gesagt, ja, die Tachobieren mussten einmal getauscht werden. Ja, das war jetzt erstmal alles, was noch gemacht werden muss. Wie ihr hört, es waren wirklich viele Punkte, gerade mit dem Motor. Das sind immense Kosten. Das wird jetzt gemacht. Ich hoffe, das wird dann auch in den nächsten Wochen soweit sein, dass der Wagen dann auch fertig ist und wir dann das Auto endlich fahren können. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, ein Abo da. Wenn ihr Lust habt, einen Kommentar da, was mich vielleicht hoffentlich ein bisschen mehr aufbaut, weil ich bin ehrlich, das war für die Lust an dem Auto ein kleiner Rückschlag. Und ja, ich hoffe, es geht auf jeden Fall demnächst mit positiveren Nachrichten weiter. Und ja, ihr seid ja wahrscheinlich eh dabei. Und Wiederschauen, reingehauen. und Wiederschauen. Und ja, ihr seid ja genau.